Silvia Wollny ist im Schnullerstress. Ihre Enkelin Kataleja soll endlich ohne ihren Nunu auskommen. Doch das ist schwieriger als gedacht. Silvia Wollny, 59, ist eine echt Vollblutmama und Oma. Sie hat bereits elf Kinder großgezogen. Nach einem Streit mit Tochter Kalanta, 23, wohnt auch Enkelin Kataleja, 5, bei ihr. Doch es gibt ein Problem. Die Fünfjährige will einfach nicht auf ihren Schnuller verzichten. Für Silvia ist es höchste Zeit, Püppi ihren Schnuller, von Silvia auch Nunu genannt, abzugewöhnen. Ich habe Schwierigkeiten bei Püppi, gibt sie in der neuen Folge von Die Wollnys, eine schrecklich große Familie zu. Mit Püppis Nunu haben wir das schleifen lassen. Wir müssen schon anfangen, ihr das Ding abzugewöhnen. Aber es kam auch die ganze Zeit immer neue Kinder dazu. Jedes Kind hatte einen Nunu im Mund, und sie stand dann da und wollte auch einen. Also denkt sich Silvia einen Plan mit ihrem Partner Harald, 64, aus. Sarafina will das jetzt langsam den Zwillingen abgewöhnen. Dann habe ich gesagt, dass da ja eigentlich eine gute Idee, dass wir Püppi das abgewöhnen. Wenn die Zwillinge tagsüber nicht mehr damit rumlaufen, kriegen wir das auch eher bei ihr rein. Sie ist ja die große, glaubt die Elffachmama. Als ersten Schritt soll sie den Schnuller nur noch nachts bekommen. Doch die Rechnung hat sie ohne Kataleja gemacht. Überall in der Wohnung hat die kleine weitere Schnuller versteckt. Ob die Entwöhnung trotzdem gelingt und was sonst noch bei den Wollnies passiert, das erfahren wir nächsten Mittwoch ab 20.15 Uhr bei RTL 2 oder vorab bei RTL Plus. Shoah 1 Shoah aucune Platon todo Shoah 21 Shoah 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 уже